In Israel haben zehntausende Menschen in Tel Aviv und anderen Städten gegen die neue Regierung des Landes protestiert. Die Demonstrationen richteten sich dabei vor allem gegen die Pläne der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, das Justizsystem umbauen zu wollen. Seit mehreren Wochen finden in Israel regelmäßig Proteste gegen die Regierung Netanyahu statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017